Ärztin Oksana und ihre Kollegen arbeiten, mitten im zerbombten Kharkiv. Immer noch, bis zur Erschöpfung und darüber hinaus. Es ist nicht leicht für die Menschen zu uns zu kommen, aber wir machen unseren Job weiter. Seit einigen Tagen operieren sie wieder. Eigentlich zu gefährlich unter Kriegsbedingungen. Aber nicht zu operieren, sei für einige Patienten ein sicheres Todesurteil. Es kommen wieder mehr Menschen ins Krankenhaus. Sie halten es in den Schutzbunkern nicht mehr aus. Vor allem die Kinder. Auch für sie ist Oksana im Dauereinsatz. Viele Menschen in Kharkiv sind auf Hilfsgüter angewiesen. Auch darum kümmert sich die 44-Jährige. Sammelt und verteilt Lebensmittel. Fleisch gibt es nur noch selten. Wenn Oksana etwas besorgen kann, helfen alle mit. Auch die Ärzte. Doch es fehlt nicht nur an Essen und Küchenpersonal. Medikamente, besonders zur Chemotherapie, werden immer knapper. Auch Krankenschwestern und Pfleger fehlen. Und eine neue Wohnung. Denn ihre wurde zerbombt. Ob sie das traurig oder wütend macht? Nein, es ist eben passiert. Und jetzt warten wir, was als nächstes passieren wird. Wir glauben, dass Gott unsere Gebäude, unsere Wohnungen wieder aufbauen wird. Und dass wir unser Leben wiederhaben werden. Zum Schluss erzählt Oksana, dass sie eine 21-jährige Tochter hat, Kati, IT-Expertin. Sie sei gleich am Anfang des Krieges nach Warschau geflohen, damit sie ihr junges Leben weiterleben kann. Auch Christina ist 21 Jahre und aus Kharkiv. Auch sie will ihr Leben weiterleben. Doch ihre Angst lässt sie nicht los. Sie ist traumatisiert. Seit drei Wochen ständig auf der Flucht. Eine Getriebene des Krieges. Anfang März flüchtete Christina mit ihrem Freund nach Lemberg. Ihre Familie wollte nicht mit. Für sie unerträglich. Ich hasse mich, weil sie in Kharkiv sind und ich hier in Sicherheit bin. Nach zwei Wochen kommt ihre Familie nach. Große Erleichterung. Doch Christina fühlt sich nicht sicher in Lemberg. Die Angriffe kommen näher. Erinnerungen an Kharkiv rauben ihr immer wieder Zuversicht und Hoffnung. Ich habe keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt noch irgendwo hingehen und arbeiten soll. Für was? Ich fühle mich so zerstört innerlich. Geld bedeutet nichts. Deine Wohnung bedeutet nichts. Deine Kleidung bedeutet nichts. Sie entscheidet sich, nach Polen zu fliehen. Ihre Mutter und Großmutter bleiben zurück in Lemberg. Und auch ihr Freund. Denn er darf nicht ausreisen. So wie alle Männer in der Ukraine zwischen 18 und 60 Jahren. Nach zwei Tagen in Warschau überkommt Christina die Angst, der Krieg könnte auch auf Polen überschwappen. Sie flieht nach Berlin. Kurz spürt sie einen Hauch von Leichtigkeit. Doch das Erlebte holt sie immer wieder ein. Sie will, sie kann nicht bleiben. Muss noch weiter weg. Bucht sogar einen Flug nach Asien. In der Hoffnung, sich endlich irgendwo sicher zu fühlen. Ich gehe in ein Land und verlasse es wieder. Dann in das Nächste und verlasse es wieder. Weil es einfach nicht sicher ist. Nirgendwo auf der Welt. Ich fühle es. Bis sich die Lage in der Ukraine beruhigt hat, wird sie weiterfliehen. Vor dem Krieg und ihrer eigenen Angst. Sicherheit. Das will auch Katharina aus Kherson. Ihr Ziel Dänemark. Dort wohnt ihr Freund anders. Seit zwei Jahren führen sie eine glückliche Fernbeziehung. Doch dann kam der Krieg und damit die Angst, sich vielleicht nie wieder sehen zu können. Ich schreibe meinem Freund die ganze Zeit, dass ich ihn liebe. Weil ich nicht weiß, welche Nachricht, welche Nachricht die letzte sein könnte. Die Situation in Kherson spitzt sich zu. Wer sich gegen die russischen Besatzer stellt, lebt sehr gefährlich. Mitte März schreibt Katharina. Menschen verschwinden auf einmal in meiner Stadt. Das russische Militär hält nach Aktivistenausschau, nach Leuten von der Polizei, vom Sicherheitsdienst und nach ehemaligen Soldaten. Die kommen zu ihnen nach Hause und legen Minen unter die Türen. Das ist total beängstigend. Kurze Zeit später erreicht uns überraschend diese Nachricht. Ich bin jetzt im Zug. Verlässt du die Ukraine? Ja, ich bin auf dem Weg nach Polen. Ich weiß nicht genau, wann ich sie sehen werde, aber es wird wohl bald sein. Auf jeden Fall noch heute. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ihr Freund Anders hat sich sofort auf den Weg nach Krakau gemacht. Und tatsächlich. Endlich können sie sich wieder in die Arme schließen. Gemeinsam fliegen sie nach Dänemark. Was nach romantischem Happy End klingt, ist für Katharina nur schwer zu begreifen. Mein Kopf war mehr beschäftigt als glücklich. Erst jetzt fange ich an zu verstehen, was passiert ist. Erst jetzt kann ich anfangen glücklich zu sein und Anders Gegenwart zu genießen, zu spüren, dass er wirklich da ist. In Kherson hat Katharina wochenlang nicht das Haus verlassen. Nun realisiert sie langsam, dass sie in Sicherheit ist und sich frei bewegen kann. Stell dir vor, ich kann rausgehen und Bananen kaufen. Ich muss nicht im Haus bleiben und von ihnen träumen. Oder vier Stück wochenlang aufbewahren. Ich kann rausgehen und Bananen kaufen. Das ist nicht selbstverständlich. Verstehst du? Jeden Tag gewöhnt sich Katharina ein bisschen mehr an dieses neue Leben. Leider ohne ihre Eltern. Zwei Wochen habe Katharina versucht, sie zu überzeugen mitzugehen. Doch ohne Erfolg. Sie bleiben zu Hause im Krieg. Christinas Flucht geht weiter. Sie befürchtet, dass sie ihren Freund so schnell nicht wiedersehen wird. Doch die Hoffnung bleibt. Wenn wir können, wollen wir natürlich zurück nach Prakiv und es wieder aufbauen. Das ist zu 100 Prozent, zu einer Million Prozent sicher. Zusammen und in Sicherheit sein. Katharina will jetzt Dänisch lernen. Wieder als Ingenieurin arbeiten. Einfache Wünsche für ein neues Leben. Wir sind nicht romantisch. Offensichtlich nicht. Aber es ist wirklich so gut, dich zu sehen und dich bei mir zu haben.